So, wir sehen hier gerade Timo Kalin mit Karin. Die machen sich gerade warm für den ersten Profikampf für Karin. Und wir sind sehr gespannt. Das ist ein Kampf mit 78 Kilo. Und dann können wir mal rüberschauen, wie die sich hier gerade warm machen mit dem Pratzen. Timo, was sagst du zu dem Kampf heute? Welche Voraussetzungen haben wir denn da und wie siehst du das Ganze? Ja, wir haben sehr gute Chancen. Karin ist gut vorbereitet und wir gehen von einem Sieg raus. Ich hoffe, mein Gott, ich hab eine Ruhe in der 12, ich hab eine Ruhe in der 12, ich hab eine Ruhe in der 12, j hoffe, ich hab einen Hoffnung. Timo, wir Jihen, wir haben dich gegen den Rufi aus. Atei! Du musst nicht sagen, wie Sie denn da waren. Vielen Dank. 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 Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach weiter. Wir müssen uns Step-by-Step noch weitere Siege holen und dann hoffen wir, dass wir irgendwann mal in die Deutsche Meisterschaft reinkommen. Ja, wir sind glücklich sind. Aber großen Dank auch an Ali, der Sparringspartner von Karin war. Erzähl mal. Ja, wie gesagt, ja, ja, wie gesagt, ja, ja, wie gesagt, ja, wie gesagt, Karin habe ich mehrmals Sparring gemacht und der war gut, also der war richtig vorbereitet, auch das harte Training hat sich für uns gelohnt. Wir haben über drei Monate da trainiert und darauf vorbereitet.